hallo leute und herzlich willkommen bei einer weiteren runde pubg im casual mit randoms benny und bern sind noch nicht da hatte ich ja letztes mal glaube ich schon mal angesprochen ja aber wir machen das mit randoms und das kriegen wir glaube ich auch in letzter runde war gut für die folge gesehen hat und wenn nicht könnt euch gerne mal angucken war eine gute runde bis auf dass wir einmal angeschossen worden sind das war nicht so toll aber wir wurden ja wieder geholt und dann war es halt besser ich will auch nicht spoilern für die dies noch nicht gesehen haben auf jeden fall nicht schlecht so jetzt brauchen wir hier noch mal die vektor gleich gerne wir haben schon mal anbauteile das ist schon mal nice to have lass mich hier runter ich habe die schule nicht gepinkt weil ich gehe lieber auch gerne einfach alleine wenn ich randoms habe ohne ihnen das zu sagen weil ich dort hier alleine bin ist auch okay wenn ich sterbe dann ist das so aber in der regel überstehe kann ich das eigentlich wohl normalerweise ist natürlich nicht immer dasselbe kann natürlich auch mal sein dass man recht mal verreckt wenn man hier mal so ein team bei sich runter kommen hat oder so dann ist das vielleicht nicht ganz so toll aber naja da habe ich zumindest ein bisschen schöne dreier weste und noch eine dreier die muss ich immer pingen er holt über die drei weste habe ich hoffe er liest das nicht sein problem boah alter ich habe keine waffe ich hätte ihn so abfeuern können mit der rauch kann ich jetzt nicht drauffeuern hier muss auch granaten kills haben sorry dafür der läuft wird kam naja hat er sich verdient die granate also wer so da sich so hinweg der hat das verdient auf jeden fall ich hoffe ja alle die dreier weste ja ich glaube aber danke geschrieben ich habe mich darauf geachtet haben wir erstmal die hier mit aber das vierfach drauf das trauten wir dann erstmal beim letzten mal kann ich noch einmal sagen die mission die ich hatte die habe ich komplett abgeschlossen also das hat gut geklappt muss ich sagen da habe ich doch mal alles richtig gemacht ist da noch eine granate ja danke 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 862 80 110 schuss 140 schuss ist okay jetzt mal wer läuft denn hier wer läuft noch einer in der schule wo sind das seine steps gewesen ich meine von nicht ich meine von nicht guck da gehen schon wieder schüsse ah da war er schon mal lass ihn ja mal machen ist schon okay oder sollen wir den machen komm dann machen wir den ich glaube der hat den gar nicht auf dem schirm gehabt wo ist er hin schon wieder draußen draußen nein Okay. Oh nein! Sorry dafür. Ich mach dir mal mit, der rennt hier einfach, keine Ahnung, komisch rum. Ich weiß nicht, ob er sonst nichts zu tun hat, als hier als Beute rumzurechnen. Okay. So, wir brauchen noch 9mm, Leute. Oh, da ist noch was. Kein Laser, ne? Roter Griff? Ja. Ja. So, wir müssen noch 9mm haben, ja, ein bisschen. Hier war ja nicht mehr viel im Raum, oder? Haben wir den durchflogen, weil wir Steps gehört haben? Ja, haben wir. Können wir hier oben noch gucken, was der Typ hier liegen lassen hat. Hier liegt noch. Okay, 7, 6, 2er. Brauchen wir vielleicht noch ein ganz bisschen. Hier wird immer gerne was liegen gelassen. Guck mal, erweitertes Schnellzugriff-Magazin. Ist doch top! Nehmen wir noch mit. Hier haben wir noch 9mm. Wir brauchen noch ein erweitertes Magazin, sehe ich gerade, weil wir das bei der SKS auf jeden Fall ausrüsten können. Dann suchen wir so etwas noch. Einmal hier, vielleicht in diesem. Ne, in dem Raum haben wir ja schon. Oh, ich fang fest. Äh, ich glaub, wir müssen, wenn hier nicht, dann runter. Sehr schön, noch eine Granate. Nichts, ein Schmerzmittel nehmen wir. Achso, wir haben schon genug, wa? Äh, 300 Schuss, 130. Ja, ist okay. Wir holen uns mal eins rein, dann nehmen wir das mit. Dann geht's gleich in den Kampf. Wie gesagt, ein erweitertes Magazin fehlt uns halt nicht noch. Das stimmt. Unge, Alter, werd der noch nicht geschossen. Checkt der andere das nicht? Also, ich weiß nicht, was mit den Mates abgeht. Hat keine Ahnung, was sie da jetzt da hinten auch machen. Aber gut. Wir gucken unten noch mal kurz. Erweitertes Magazin. Vielleicht hätten wir da noch eins. Wir haben jetzt noch ein Schmerzmittel. Können wir das hier auch noch mitnehmen? Ähm, okay. Wir brauchen nur ein erweitertes Magazin. Dann ist alles cool. Ist das falsch? War da noch eine Granate? Oh, können wir die noch mitnehmen? Ne, natürlich nicht, ne? Naja, okay. Dann lassen wir die liegen. Granatenkiss machen wir mal. Eine nach der anderen. Ist das ein erweitertes? Leider nicht. Oh. Aber wir bleiben bei der SKS, oder? Ja, sonst fehlt mir schon wieder alles. Wir bleiben bei der SKS. So, erweitertes Magazin hier, bitte. Wir haben Zweier-Rucksack auf. Naja. Schnell gucken. Nein. Nein. Schnell erweitertes, erweitertes. Erweitertes Schnellzugriff. Ist auch okay. So, jetzt können die Granaten noch mit. Ne, kann nicht. Okay. Gut, schade. Dann machen wir hier noch ein bisschen. So. Alter. Ich werde nicht mehr, ne? Das geht noch mit. Haben wir so viel verschossen? Ah, komm ja. Komm die Mäte jetzt mit? Holen die dann Auto, oder? Ja. Der nimmt mich mit. Fahr mal zum anderen Mäte. Der Geister da auch noch irgendwo dagegen rum. Und noch ein Auto? Wir hoffen, dass wir es hier schaffen. So. Jetzt Hackengas, Bruder. Ohhhh. 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 Military Maze. Wollen wir hoffen, dass er durchfährt. Ohhhh. Nein. Ich wollte eigentlich das Auto mitnehmen. fahr mal weiter. Fahr mal weiter, fahr mal weiter. Fahr mal weiter, fahr mal weiter. Ich komm hinterher. Alles cool, alles cool, alles cool. Ich hab noch was gesehen. so wir holen jetzt ein und überholen hoffentlich und dank des halbfonds oder andere hat auch kein leben und kommen dem auto unterher das war ja wohl nix aber ist okay wir sind ja dabei wir haben ein Blatt geschossen? ich hoffe nicht oh, wir müssen weg, rote zone war ganz flott vier sagen so wir fahren unter der Echt rüber Oh nein. Wir haben nicht mehr viel Sprit. Ich sollte nicht in den Turbo fahren. Und jetzt aber. Jetzt zählen wir nochmal Turbo. Der Dach auf, der quetscht sich da so durch. So, jetzt hast du es freier. Oh, jetzt quetscht den ein. Sprit ist gleich leer. Ich komme jetzt nicht mehr hoch. Noch haben wir Saft im Tank. Wo sind die Gegner? Da sind wir weg. Parken wir mal ein, die Kiste. Okay, ich höre nichts. Noch nicht. Ich nehme das ja alles nochmal mit. Ich weiß nicht. Ich habe die Taschen gern voll. Mit dem Scheiß. Wenn man sonst eher so im echten Leben kaum Tabletten nimmt oder so. Da nehme ich die dauerhaft. Ist mir egal. Mit Energies habe ich es auch nicht so extrem. Also eigentlich. Oh ja. Nicht so extrem kann ich jetzt auch nicht sagen. Also so eine Dose vielleicht mal am Tag. Dann reicht es aber auch. Aber halt jetzt nicht so, dass ich einen Liter trinken würde oder sowas. Aber auch nicht immer. Ich kaufe mir die auch nur, wenn die im Angebot sind. Aber hier werden gleich eigentlich teilweise auch 10 Energies in der Runde verzehrt. Das ist dann ja auch mal mega geil. Dann bist du voll auf so einem Pfad unterwegs. In deiner eigenen Welt. Wenn du angeschossen wirst, dann läuft das Blut nur förmlich raus, bis du gar nichts mehr drin hast. So flüssig ist der Scheiß dann. Und grün natürlich. Ne, Quatsch. Ja, so sind die Gegner, sag mal. Wir sind noch 12. Hier liegt auch bestimmt einer. Kann mir doch keiner erzählen, dass hier keiner liegt. Die ist am besten Spot, ist hier doch. Ah, hab ich einen gehört oder was? Ne? Energy Gement. Und nur ein bisschen, ne? Oh, da war noch ein erweitertes. Wann haben wir denn mit Waffe? Wir haben eine, ah, wir haben die, ne? Na ja, da haben wir nochmal, wieviel Schuss mehr? Oh. Statt 20 im Magazin haben wir dann 22, oder? Ja, 22. Naja. Passt schon, das reicht. Nehmen wir uns nochmal das Auto schön. Steigen ein, gehen auf den Fahrersitz. Und let's go. Das hat keiner gesehen. Das stimmt creepy, oder? Auf diesem Gelände hat uns keiner gesehen. Dann ist ja auch keiner. Schon wieder, aber den Tank war halb voll. So, wir suchen jetzt Gegner, Leute. Sag ich so, wie das ist. Entweder schießt jetzt gleich einer auf mich, und... Ich bin nocked. Mit einer M24 wahrscheinlich. Und einem Schally im besten Fall noch, für den Gegner. Oder... Wir hauen hier gleich noch... Unsere... Paar Kills raus. Dass wir auf 10 Kills kommen. Wobei ich das eher wein... Was ist das? Leute, kann man in das Haus da oben rein? Ah, jetzt habe ich die Feinde angelockt. Jetzt weiß jemand, wo ich bin. Aber... Irgendwie schießt immer noch keiner auf mich. Muss mal ein bisschen... Bisschen looky looky machen. Ansonsten haben wir gleich hier die Pfanne heiß. So... Looky 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 da. Hab ich da hinten einen Drop gesehen? Das ist ein Drop, ne? Haben wir da 3er Rüstung, ne? Wohin schießt er? Das ist von oben, ne? Oder hat er da gerade einen gemacht? Ich glaube nicht. Hat er doch einen gemacht? Ich komme zu ihm. Ich will ihm helfen. Oder hat er halt... Ja, er hat doch keinen gekillt. Weil er die Karre zerstört. Bad war... Ich habe nur noch einen 3er Helm. Wir wissen nicht, was für Gegner hier noch haben. Vielleicht haben wir auch noch ein 4er Team. Oder die sind hier halt bei dem Drop. So. So, ich habe mich mal gekonnt eingeparkt hier. Oh. So, Leute. Jetzt habe ich einen Achter-Scope. Und ich hätte noch eine zweite Waffe. Das kam von euch, Leute. Habt ihr mich angeschossen, oder war das... Gechner. Ja. Du Wexer. Hier ist noch was. Hol dir was ab. Spielen wir dir am K14 mal? Hau dir Bock drauf? Nee. Überrasch. Obwohl. Doch. Kann man mal einmal machen. Komm her. Die Muni ist die richtige. Das Scope geht ja drauf, ne? Ja, das ist ja jetzt mit drauf. Okay, cool. Ich will mal einmal die MK14 mal gucken, ob wir da mal ein Kill mit hinkriegen. Oder ob die jetzt alle weggeschnackt werden. Oder ob wir tatsächlich auf Nahkampf müssen. Wo liegen die Buben denn? Oh, what? Hier war auch noch einer. Ha. Nice, Leute. Ich sage danke fürs Zusehen. Lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht auch ein Abo. Wird mir auch gefallen. Und helfen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Tschüss. die Lust habe. Tschüss. Die Lust ist ein Telchen.